vorher beim sicher zu suchen die bestmögliche option ausgesucht wie es geht und das war die einzige die bei mir funktioniert hat das könnte so lange dauern muss noch mal schauen ab wann du die schräge runter gehst damit du einen perfekten absprung ziel hast aber ich jetzt gar nicht gesprungen die schräge drauf geht dann bei mir auch ich habe auch ein paar versuche gebrauchen das machen aber nehmt punkte weg das stoff aber es geht es ja nur um wenn mein charakter habe ich ja wie gesagt nicht in der testaufnahme kommen dialog vom raketenwerfer als du ihn zuerst aufgesammelt hast fast naja ich glaube doch von dem punkt aus dürfen vielleicht beste möglichkeit also von der ecke dort kann ich nicht einfach den berg springen bin ich nur gelaufen selbst wenn ich das schaffe das mit dir nichts aber auch noch selbst machen muss den schwung ja man kann auch besser gemacht dann für noch einen fahrt da hoch da muss man nicht in die ecke hüpfen ja schon im remake ist alles besser irgendwie soll kein skill vorhanden und so macht spaß das ist doch gar nicht wie ich genau springen soll man muss gegen die wand gegen drücken mal laufen dann nicht hüpfen so dass man den niedrigsten bereich drüber kann hier vorne ist der niedrigste bereich einfach hier so hoch oder nicht wo schon runter auch hier vorne wo ich nehme schon mal dort wo der grüße ist leider der punkt an dem man drum muss eine höhere ebene zum drüber helfen schimmer dort wurde die kurve ist wo und wo der rumhüpfen muss damit du weißt kann ich mich nicht einfach auf dich drauf stellen anscheinend nicht wenn ich aufstehe muss auch mit angehoben hat wenn ich auf dich drauf und dann hoch ich rutsche von hier runter du hast du schon hübsche 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 hübschen näher hübschen zu reden Ich glaub, da wird nichts. Ich kann mir visuell im Kopf überhaupt gar nicht vorstellen, wie das schaffbar sein soll. Wie so um die Ecke sprungen. Das ist in meinem Kopf nicht möglich. Ja, da haben wir ein paar Versuche gebraucht, um da rüber zu kommen. Du hast aber während dem Unreal-Gold-LP irgendwas vom Raketensprung gelabert. Gibt es hier sowas auch? Äh, vielleicht. Du musst doch ja ordentliche Dienste dafür verlieren. Naja, mit anderen Worten, nicht ausprobieren, Hühnchen. Ja, so in etwa. Sie ist aber doof gemacht worden. Ich kann mir gegen die Ecke immer. Ja, ich auch. Wie hab ich das letzte Mal gemacht? Weiß ich nicht. Sollen wir einfach weitergehen, wenn es zu lang dauert? Wie langweilen die Zuschauer? Ja. Ja, fast. Ich hab das letzte Mal gemacht, indem ich die Kurve geflügt habe. Vielleicht niedriger. Nee, der kommt auch nicht. Ich spring nicht mal hoch genug. Ja, drum geht's nicht. Nicht von hier springen? Oh, fast. Ne, da komme ich nie über den Berg. Ja, auch das Dorfhof. Ah, dieser Secret ist so nervig. Oh, fast. Ah, geschafft. Nein, 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 nein. Ah, okay. Ah, okay, Diagonalsprung. Aber vor etwas tieferem Bereich. Aber wenn ich diagonal springe, sehe ich nichts. Ich war schon fünfmal da oben. Ach, verdammt, jetzt hab ich Zeitgeld bekommen. Ach so, du musst dir die Kurve gegen und dann dich runterrutschen lassen, so ich gemerkt habe. Genau, und fast. Ich verstehe nicht mal, wo ich genau abspringen soll. Anscheinend musst du etwas tiefer als der Punkt hier ist. Moment. Schau mal, Gott. Schau mir nach, von wo ich hier hüpfe. Okay. Okay. Okay, das war falsch. Äh, neu observieren. Ja, okay, das ist nicht... Ah, okay. Oh, fast. Ich muss... Ich muss den Hang... Ich muss den Hang... Hier... Das... Ich muss dich auf die rechte Seite runterrutschen lassen. Genau. Ah. Ach. Diagonal... Ähm... Wo ich grad schon hinschieße. So. Du musst auf Diagonal... Die dagegen rennen. Ich hab ihm gesagt, das ist ein Shooter und kein Jump'n'Run! Ja. Genau. Aber du musst dann immer weiter nach rechts dich bewegen, damit du über den Hang drüber rutschst. Bis auf den Weg. Genau so. Ja, und was macht ihr heute noch? Äh... Checken beim Hüpfen zu sehen. Ja, das ist nicht so was... Boah, schafft! Ja, muss doch ich... Ja, leider hab ich Secret gesnackt, weil ich hier hochkam. Aber es sind keine Sprüche hier, die gegeben werden. Das weiß ich auf jeden Fall. Hier gibt's nur halt eine Munition und... Überraschung, äh... Gegner. Why am I not surprised? Was ist denn hier... Pistolen oder... Also... Evolver oder... Schottwinde neben... Also der Action-Schottwinde. Was ist das? Das ist... Das hat man die... Checken... Ich glaube, ich bin... Ein paar Punkte hat. Äh... Ja... Da wäre so fast in die Luft geflogen. Das kommt doch vor, wenn man sich ihm vertraut. Pass auf, auf der anderen Seite scheinen auch noch ein paar. Na, vorne stehen schon welche. Gut. Ich glaube, wir hören Schwierigkeitsgraden erscheinen auch diese Habien. Ach, nö. Aber auf den höchsten Schwierigkeitsgrad, glaube ich. Gut, der Sequel wird auch geschafft. Aber hey, so kann man auch das Spiel in Länge ziehen. Also, das ist okay. Rein in die Ruine. Oh, Analyse. Ich habe keine Analyse. Oh, schade. Komm, wo der erste reinkommt. Muss ich erst mal dich vorher laufen lassen. Oh, Tempel des Thutmose Eingang. Wir haben gerade den Tempel des Thutmose betreten. Hier sollte das erste Element sein. Da stimmt was nicht. Es ist zu still. Seift der Hut vor unangenehmen Überraschungen. Okay. Das erste Element. Element von was? Müssen wir irgendwie vier Elementkugeln suchen und... Zum Avatar werden. Äh, hier links. Davon geht's weiter. Hier links. Wenn's so gut ist. Müssen vier Elementkugeln sichern, damit Kontakt zu treten, diesen Aliens. Oh oh. Ich bin Helikopter. Chicken clone. Komm, nächste. In mein Gesicht. Hilfe. Hm. Die Hüpfenschen. Geh jetzt noch mal rein. Voll von denen. Ach, herrje. Wie, die Gegner hüpfen schnell. Nicht gut, dass ich den Skin genommen habe. Geh mal vor. Hm. Schön vorlaufen. Oh ne, Boomer. Ich bin hier! Du stupide, hauptige Freak. Ach, stupide Petless Freaks. Sinne start. Zurück, 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 zurück. Ich krieg da jetzt gerade Tomb Raider Flashbacks. Hat der gerade wirklich Indiana Jones gepfeifen? Besuchung, Heilung und Munition. Und in einer dieser Pillen. Da oben. Stellt sich auch an dem unmöglichsten Ecken. Stell mich doch mal hier hin. Natürlich kommst du dann. Nein, wo? Naja. Oh ne, Doppelschwung. Nur Kuss 1. Man hat nen Doppelspung? Bitte. Äh... 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 Na, hat man gar nicht. Better Wund... Oder Wundhealer? Ich glaube, es steht der Wundhealer auf den Tabletten. Äh... Schnell rechts geht in die Wand hier. Checken. Geh mal hier, geht in die Wand. Oh, schnell, 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 schnell. Oh, warte. Jetzt schnell schießen. Dinger sind wie die Kamikaze in den Wald. Auch Selbstmordattentäter? Ja. Viecher... Viecher exodieren bei Berührung. Ah ja, neue Waffe. Und grünes Blut. Dummestigen. Hm? Die haben ja immer grünes Blut. So, neue drei neue Funktionen. Äh, der Marschhüpfer von Rigil Kentaurus. Kann man das Blut eigentlich drehen? Nö. Äh, leider nicht. Mephalia Organismus, der den feuchten Einöden im System Rigil Kentaurus entstammt, lebt in, äh, großen Gruppen und hat einen selbstmörderischen Territualinstinkt. Sämtliche Einzeltiere stürzen sich in alles, verzehrendem Hass auf, äh, den Eindringling und blähen sich auf, bis sie explodieren. Wenn dies geschieht, spritzt, äh, giftiger Schleim aus ihren Eingeweiden auf das Ziel. Tipps, einzelne Tiere alleine ist nicht gefährlich. Äh, der Schwarm sehr wohl. Aus sicherer Entfernung zerstören. Pff. Hm. Und unsere neue Waffe, die M1A2 Thompson Maschinenpistole. Äh, diese Maschinenpistole, die ursprünglich von General Thompson entwickelt wurde, hat zwei Weltkriege überlebt und ist mit, äh, den neuesten Änderungen wieder gut im Rennen. Der Oldtimer wurde modifiziert und feuert jetzt, um mit anderen Standard-Infanterie-Waffen kompatibel zu sein, äh, 5,56-Milimeter-Munition, sein Universal-Trommelbehälter kann mit jedem Standard-Munitions-Pack geladen werden. Ah, Merkur bietet einen, äh, guten, schnellen Feuermodus. Mhm. Und, äh, kontrollierte kurze Salven. Mhm. Ah, ich schwer bin, dass ich schnelle Waffen liebe. Ja. Es gibt noch stärker Visionen, aber. Ja, checken. Bis später. Deine geile Waffe in... Hast du die taktische Daten? Taktische Daten? Äh, taktische Daten? Nö, ich hab keine. Schade, ich hab nämlich schon rausgekommen. Und liest vor. Tempel des Thothmose, kein Element. Es scheint, als wären die hässlichen Monster uns zuvor gekommen. Sie haben das Element versteckt und eine Falle vorbereitet. Du hast die Situation gut gerettet, ihr Checken. Sie können nicht weich sein. Das ist ein kleines Grab in der neuen Schlucht. Vielleicht haben sie das Element dorthin gebracht. Verlass den Tempel und geh jetzt zum Ende der Schlucht. Dort müsst du den Eingang zu einem kleinen Grab finden. Ich hoffe, dass nur ich die taktische Daten bekomme. Und hier sind eigentlich noch zwei Dinger zu. Ja, ich darf in Höhen Schwierigkeitsgraden werden geöffnet. Ich denke vom Schwierigkeitsgrad ab, wie viele ganze Gegner auftauchen. Böse Klieger. Oh, Bomber, Bomber. Böser Bomber-Typi. Hier so eine Heilung und ein paar... Yay, Heilungs. Wow! Wie hast du den jetzt nicht gesehen, Hühnchen? Weiß ich nicht. Die erscheinen halt. Ich hab einfach nicht reagiert. Ich hab hingenommen. Achso, und eine geheime Rüstung. Hier vorne ist ein Sprungfeld. Du kannst auf die Rüstung gelangen. Auch da oben ist er. Man muss mir nur sagen, wo genau so steht. Ich vergaß es zu sagen. Krapi nimmt wieder an. Oder schaffe ich direkt den Sprung auf die Säule und ich muss nicht... Auf der anderen Lange. Du kannst dich dorthin katapultieren lassen, bis zur Rüstung. Da hast du dich nicht von der ersten Säule aufhalten lassen. Ja. Fuh, 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 fuh. Äh, ich will auch die Rüste. Danke. Hat zwar jetzt 4000 Leben verloren, aber hey, was soll's. Hey. Ich muss noch ein bisschen rüff. Fuh. Und noch ein Geheimnis hier. Unten. Unter der Tarn. Unter dem, äh, ja, Dinker. Heilung. Du musst mich auch rauslassen, Raffi. Nein, warum sollte ich denn? Weil ich jetzt ihre Fähne. Schauen, sind das alles Secrets? Ach, hab ja tatsächlich Zettelwirtschaft gemacht, wie damals ich in ganzen Arkham-Spielen. Nö, ich versuche es ohne, mich zu merken. Wie viele Secrets hast du schon? Kannst du bei den Statistiken ansehen. Ich hab eins von sechs. Statistiken. Ich bin getrennt. Ganz oben. Ganz oben. Untergestorben. Gestorben? Das ist schon noch ein Storben. Geheimnis. Das ist, äh, zehn von dreizehn. Äh, ganz oben, nicht ganz unten. Sand Canyon. Sand Canyon sind vier von sechs. Aber das ist ja auch seit bei Gesamt. Dafür noch zwei. Ich hoffe, ich hab die nicht vergessen. Und da rennt er wieder vor. Hast du was? Achso, du bist... Ich will noch im Menü gucken. Da rennt er weg. Das ist wieder so typisch Raffi. Macht er mit Absicht. Der muss mich ablenken, damit er vorlaufen kann. Ich kann ja nicht sehen, wo du bist. Also, ob du im Menü bist oder nicht. Dann guck einfach, ob ich noch stehe. Okay. So schwer ist das doch nicht, oder? Doch. Naja, ich bin nicht. Aber Checken, da muss ich mich jetzt zu dir umdrehen. Und das ist immer so viel Arbeit. So, Neutag starten. Ausgang. Oh, wow, wow. Das ist jeder grüne Typen. Tschüss, Bomber. Fertig? Ja. So, Ausgang. Es ist schön, wieder an der Sonne zu sein. Geh weiter bis zum Ende der Schlucht und betrete das kleine Grab. Wir sollen jetzt in unser Grab steigen. Okay. Ja. Ist hier da wieder was Weißes? Nee. Okay. Hm, Heilung und Dimension. Machen wir nicht schauen. Oh, nee! Da oben ist ein Felsen, der wieder runterfällt. Zwei Felsen. Ich muss nur nah genug an diese Sachen rangehen, wo die... Ich stehe ja schon mal. Ich muss auch passen, wir die sind tödlich. Was? Große, gigantische Felsen, die mich überrollen? Da sterbe ich von? Vielleicht. So. Oh, neue Gegner. Wow, stopp denn für die Vieh. Was ist so? Wenn du gedötet hast. Los. So, ich werde das... Ziel dienen, damit du ihn töten kannst. Yeah!